So, hallo, wir kommen zu Let's Random Battlefield 4 wieder im, au, 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 Multiplayer. Boah, bin ich schon angegriffen. Ich nehme immer noch, ah, ich bin Squatzy, das ist super gut. Ich nehme mir immer noch hier im Dingens-Mode auf, im Video-Mode. Autsch, und da bin ich kaputt gemacht. Ach, das ist leider traurig. Die Bombe ist scharf und da kämmt auch einer. Schade da rum. Aber na ja. Ich, ähm, spawnen bei dem Kollegen. Helikopter. Haben wir dich. Reanimation, ja, ich weiß, dass wenn man den Reanimator länger hält, die, die beiden Defibrillatoren. Reanimator, what the fuck. Dann, äh, hat der Typ mehr Leben danach. Weg da eliminiert. Ich level immer noch hier die, ähm, 4, 1, 6. Au, da hat er mich voller Wicht. Na, ma, na ja. Na ja, na ja. Und ich, äh, glaube, das mit den Aufnehmen hier, mit den Envigal-Sheet-Shit, das ist ziemlich geil. Meiner Meinung nach. Also, ich find's super. Das käme ich mal als Versorger. Ich pack die Schub-88 auch neu. Ah, cool. Guck mal über die Karte. Das ist eine neue Übersicht. Jetzt wäre ich am besten ein Sniper gewesen, aber na ja. Ich bin hier ziemlich suppressed, ist auf der Karte nicht gerade ausbalanciert. Ja, war alles verloren, Rückzug. War klar. Ups, ich war als der hier spawnen. Wo ich jetzt, glaube ich, besser als Engineer gespawnt wäre. Ich stehe mich in das Gebäude zurück. Guck mal, was ich hier reißen kann. Was hab ich denn als Alternative C4 und Sensorball? Gegner eliminieren. Perfekt. Ich mag das Scharfschützen-Nufu in diesem Spiel mehr als in Battlefield 3. Und hier ist das irgendwie anders. Okay, ich hab... Was ist dieses Piepsen? ETF. Dieses Piepsen ist komisch. Oh, der Panzer. Okay, die Panzer sind nervig. Nein, wir schaffen das trotzdem, die zurückzudrängen. Vielleicht. Ist die Bombe scharf. Genau, die Bombe, die wir verteidigen wollten. Nein, das ist vor dem Haus. Oh, oh nein. Fuck it. Das kriegt man nicht hin, ey. Nee, das geht nicht. Die Fahrzeuge sind zu overpowered hier. Schade. Iiih, ich werd schon jetzt getroffen. Oh, man. Okay, die Fahrzeuge sind zu overpowered. Das bedeutet... Okay, da hat's ihn daneben, aber... Wenn ihr etwas gegen... Mann! Das ist Leipa, der hinterregt mich auf. Ihr trifft zwar nicht, aber ihr... ...ist trotzdem da. Hm, Fahrzeuge aber trotzdem getroffen. Uns fehlt ein Commander, Leute. Und deswegen glaube ich... ...ich geh jetzt mal als Commander rein. Wir haben keinen Commander. Das Kommando... Äh... Das Kommando übernehmen. Ja. Ich bin jetzt Commander, Leute. Du defendest. Du defendest. Ist ja klar. So. Nee, der Panzer ist ein hochrangiges Ziel. Da hau' ich ne EMP-Drohne rein. Wir haben da ja nicht so viele Commander-Aktionen hier zur Verfügung. Ah, da sind die ganzen Feinde. Oh, da ist ja noch ein Gegner. Panzer. Schade. Aber naja. Kommandern wir hier einfach mal. Ich weiß nicht genau, was die EMP-Drohne macht. Außer... ...den anderen Commander davon abhalten... ...irgendwas zu tun. Ich weiß nicht, ob die Minimap von den Gegnern dann auch gestört wird, die auf dem Boden sind. Das finde ich ziemlich cool. Aber jetzt hätte ich gerne so eine Missile. So eine... ...weißt du schon, so eine... ...wish... ...push... ...ne? Sind so eine Cruise-Missile. Verdammt. Verdammt. So, dann hau' mir die Drohne nach hier und da hau' ich die runter. Gut, geht nicht. Naja, auf jeden Fall. Du bekommst den Befehl für da. Du bekommst den Befehl für da. Du befindest dich da und du bekommst auch den Befehl für hier. Ah, ich wünsche, dass du den Befehl für da bekommst. Hier nochmal die Drohne. Du bekommst den EMP. Perfekt. Ja, das läuft doch ganz gut. Ich geb euch hier mal Nachschub. So. Ein bisschen hochrangiges Ziel. Was ist denn die Evakuierungsbefehl? Ich weiß es noch alles nicht, ähm, aber könnt ihr vielleicht mir in die Kommentare schreiben, dann weiß ich schon mal mehr. Gucken wir uns mal hier unten an, was da abgeht. Ich würde das gerne in Vollbild haben, aber es geht natürlich nicht. Ich denke, haben wir jetzt einfach nur auf so klein gerendert wird. Der Squad bekommt noch eine Beförderung. Das Squad hat, glaube ich, schon alles. Wichtig ist überhaupt noch eine Beförderung. Bombe scharf, Fick. Nein, beide Bomben scharf. Ja, na super, Leute. Jetzt hätte ich gerne Crews. Hm. 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 Ich bin so schade, dass nie einer der Squad-Führer das annimmt, was ich ihnen vorschlage. Ah, super. So, pass auf, du verteidigst bitte da. Bist du überhaupt, du? Oh Gott. Okay, du kriegst den hier. Du bekommst auch den hier. Ja, und du da unten, ihr seid sowieso schon da, dann bekommt ihr das da. Hier den Scan, den Counter-Scan. Und ich würde sagen, da ist gut für den Drop. Was geht bei dem da unten ab? Schauen wir mal unten hier zu. Okay, den hat er echt. Hm, schade. Ich schau den Leuten da unten mal zu. Nochmal ein Scan rein. Und hier den Counter-Scan, oder wie man das auch mal nennen will. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber hey. Fuck, da ist scharf. Okay, Leute, ich platziere hier. Versorg'n. Macht doch mal was, C. So, EMP. EMP-Hilfe. Gut, dann verteidige ich wenigstens hier. Du hast den Befehl, glaube ich, schon. Du kriegst den Befehl noch. Hm. Ich platziere hier hinten... Ne, ich platziere auf diesem Hausdach drauf mal Versorgung. Ich dachte, wenn mein Hochrang ist, ist es viel drauf. Warum auch immer. Das wird mir angeboten, also mach ich das. Kommt schon. Ah, sie ist verloren. Ah, sie ist verloren. Ja, super. Toll, Leute. Toll gemacht. Naja, egal. Vielleicht bin ich auch nicht gerade der beste Commander. Naja. Okay, pass auf. D, du bekommst den Befehl für hier. Du bekommst den Befehl für hier. Alpha bekommt den D4L für da. Und C und C und C und C4. Oh, ein Panzer sollte ein Hochrang haben. Oh, ein Panzer sollte ein Hochrang haben. Scan bekommst du. Oh, der hat endlich mal gecheckt, dass wir einen Commander haben. Hier, Versorgung. Vielleicht nicht ganz optimal platziert, aber... Passt schon. Da, Scan. Ah, der, der hat gecheckt, was abgeht. Der hat nämlich schon markiert. Perfekt. Der hat nämlich akzeptiert. Man muss nämlich zweimal akzeptieren, habe ich herausgefunden. Wenn der Commander der Befehl gibt, muss man nochmal darauf gucken und Q drücken mit Squad wieder. Aber keine Ahnung, ob das so ist. Aber es ist auf jeden Fall so. Ich counter-drone den Bereich mal. Oh Mann, sind das viele. Ich habe einen Scan gemacht, Kollege, aber da hast du ihn nochmal. Aber wo kommt hier nochmal Nachschub? Oh Gott. Commander Erkennungsmarke. Ich counter-drone den Bereich. Oder IMP, ich weiß auch nicht, was er heißt. Es ist auf jeden Fall eine Hilfe da unten, also. Oh, das ist der Panzer, den machen wir zum hohe eigenen Ziel. Squad-D gefällt mir, der hat es gecheckt. Wir sind da drin. Squad-Leader, der da und ein Medic anscheinend. Ne, der Squad-Leader ist das und dann hat er noch einen Medic dazu. Ja. Gut. Was ist denn das? Boah, da habe ich noch ganz knapp muten können. Komm, hier den counter-drone, nicht den Bereich. Den drone, nicht den Bereich. Und wir haben verloren. Okay, dann hier noch ein Fahrzeug. Leute, baut keinen Scheiß. Und wir haben verloren. Super, ich sehe nicht mal das Finale, weil... Ach doch. Ah, ich muss rein, so ein Bild, das viele alle sehen. Das ist ja genial. Oder vielleicht ein bisschen verbuggt. Naja, was auch immer. Schauen wir uns hier die Punkte an, die ich bekommen habe. Hey, Commander. Commander-Erkennungsmarke. Sehr schön. Fortschritt. Commander, Service da. Okay. Spec Ops. Naja, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.